Herzlich Willkommen zu einem neuen Shop Video. Ich habe es wieder gesehen, wieder neue Skins heute sehen sogar ganz interessant aus. Ich schaue uns das Ganze gleich an. Allerdings würde ich mich natürlich freuen, wenn euch hier die Videos gefallen, dass ihr dann ein Abo da lasst und natürlich auch das Video bewertet und auch Feedback in den Kommentaren schreibt, damit ich weiß, was ich vielleicht noch an meinen Videos verbessern kann. Wäre auf jeden Fall super super nice. Und jetzt schauen wir mal in den Item Shop rein. Wir haben heute im Item Shop Sergeant Rutzel als weibliche Version vom Grill Sergeant, den man hier hinten sieht. Finde ich eigentlich ganz cool den Skin, also ich mochte schon eigentlich den Männchen Skin ganz gern. Weibliche Variante finde ich sogar ungefähr genau gleich gut. Ist auf jeden Fall nice. Aber hier passend dazu den Beef Boss Charakter. Ist auch ein ganz nicer Skin. Wurde ja in Grease Groove jetzt durch den Taco Skin abgelöst. Ist trotzdem immer noch ganz nice. Sieht immer so ein bisschen lustig aus hier mit dem Burger als Kopf. Dazu passend gibt es den Breedlings Klatscher. Hat einen ganzen nice Sound und die fliegende Untertasse, die jetzt wahrscheinlich wegen ausgeschaltenen Effekten keine Effekte hat. Nun gut, dann gibt es als nächstes die Skins hier glaube ich von gestern. Genau die Moxie Skin hier aus dem TKO Set mit zwei verschiedenen Stilen. Einmal schwarz und einmal in blau. Und der Rucksack hat auch dieselben Stile. Und dazu passend gibt es die schlagfertige Axt. Und dann die Abkühlung und Lackierung, die eigentlich für eine nicht animierte Lackierung ziemlich nice aussieht. Ähm, genau. Dann haben wir als nächstes den Grill Sergeant bzw. Grill General im Deutschen. Ist immer ein ganz nice Skin. Äh, Band Charakter darunter. Passt eben halt auch so zum Der Burger Charakter. Ähm, generell gehört das ja auch zu meinem Set. Passt auf jeden Fall. Kannst ich definitiv kaufen. Dann habe ich Kaugummibomberin. Mag ich nicht ganz so gern. Hat auch zwei Stile. Mach ich trotzdem beide nicht so wirklich gern. Äh, gibt es deutlich bessere. Dann gibt es da ein Spagat. Nice Emote kann sich auf jeden Fall kaufen. Na mal Brutzelmeister. Ist auch eine nicer, nicer Emote. Kann man hier, äh, im Shop eigentlich gar nicht so sehen. Sieht ja mal cool aus, wie der da dauerhaft immer die ganzen, äh, hier die ganzen Frikadellen erwendet. Ist ein nice Emote, kann man sich auf jeden Fall kaufen. Dann haben wir Schrittwechsel, ist auch ein nice Emote. Weiße Musik kann man sich auf jeden Fall kaufen. Und das Sätze haben wir Falkknife. Auch mit zwei Stilen. Einmal Knife, Falk oder Falkknife. War da auch ein ganz nice Sound. Das war es dann mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Video. Ciao.